So, jetzt willkommen zu dieser Folge, was hat gesagt, ich habe gestern, ja es war gestern und bitte ja eine Wiederholung, ich habe gestern etwas Kleines gespendet und zwar, ach fuck, habe ich mir eine Felskammer irgendwo rumzulegen, ist egal, ich möchte gerade nicht alles so ausstellen, was halt hier so eingeblendet ist, der Goal ist nur für Livestreams gedacht und so und ja, aber erstmal ein bisschen kleiner stellen, die Musik und ich habe keine Ahnung, ich fange einfach mal da an, dieser Nordzok, der hat bei mir abonniert, der ist einfach ein korrekter Typ und ja, ich habe überall gefolgt, Instagram, Twitter, YouTube und so, gerne mal da abchecken, der ist einfach nur korrekter, der macht gerne einen Texturpack, das ist gestern vor vier Stunden und ich wollte einfach nur mal zeigen, wo ich das Geld, gespendet Geld und das hier auch teilweise für eine, ja, kleine Freude machen und ja, wenn man so sehen, kleine Freude ist immer nice und ja, das ist immer noch Libra, Ade. so so hmmm, da muss man das machen laut ist holy shit, ist nicht passiert ist nichts passiert, alles klar was? was? holy shit, wer spät oh mein, alter danke, alter holy shit oh mein gott oh mein gott danke für die 300 abos die ganze Zeit noch ein und 30 danke, alter was? 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 alter was? ich komm einfach nicht klar damit ich hab nur 4 euro geschwindet was? nein was? vorerst hab ich erstmal keine überweisung kosten gemacht, weil ich kenn ihn noch nicht so gut, später vielleicht schon, aber 4 euro ist top was? für seine erste spenden ist das grad wirklich passiert? ja, es war richtig ist das grad echt passiert? eigentlich gar nicht vorspunnen kann, ich möchte halt nicht so lange das video, alter ich hab wirklich wieder das erste mal wieder ein video aufgenommen was? alter no way wow radox high ist radox high hehehe lieber schneller einfach ehren man du 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 Alter Jojo, Alter, was? Mann! Jojo! Was, Jojo? Was? What? Oh mein Gott! Oh nee! Oh nee! Was? Ich komme halt nicht drauf klar jetzt. Die Frage? Alter, das waren jetzt schon 4 Euro insgesamt. Boah. Einfach nochmal. Oh shit, Quack! Wahrscheinlich, Alter. Was? Ich komme halt nicht drauf. Ich habe vorher noch ein Video von dir geschaut. Ich komme halt nicht drauf klar jetzt. Oha. Ich komme halt nicht drauf klar jetzt. Was? Was? Ich habe, ich habe... Ich finde die zwei irgendwie... Die anderen zwei... Ich wo? Aber schaut gerne beim Nordhok live gerne auf Twitch vorbei. Es streame halt da auf Twitch. Gerne mal abstecken. Dann... Und dann schicken. Und... Kann man beschreiben, ob der Wasser einmal gut ist, oder? Oder besser... Ja? Ja? Der Wasser einmal ist... Definitiv, ob der Wasser einmal gut ist. Und das hat... Und das hat... Von Lund gemacht. Alles ist sehr gut. Mit C. Mann! Warum verschiebe ich denn hier alles? Ja, 4 Euro. Äh... Warum... Warte. Ein ganzes... Hangout verschieben. Ey. Ich lasse es drin. Ich habe keinem Lust. Ahaha. Ahja. Hä? Ich habe... Ich habe ein kleines PP. Ich habe auch... Ahja. Ich habe auch PP gemacht. Wie findest du meine Schwerter? Warte rein! Ciao. Gerne mal sehen. One thirty- 색깔로. Ich weiß ein wenig. Dann Campbell. Oh.